So Leute, vorab gesagt, ich habe mit dem Leben Mapplet's Play aufgenommen. Ja, ist echt eine coole Aufnahme geworden, aber halt nur ein Gameplay. Weil Mapplet's kleine Probleme hatte, aber ja. Trotzdem ist es eine gute Runde geworden und ich hoffe, es gefällt euch. Und da wollte ich noch ankündigen, und zwar werde ich wahrscheinlich am Wochenende Samstag oder Sonntag oder Freitag, keine Ahnung, einen Livestream machen, da werde ich noch ein Ankündigungsvideo dafür machen, wo es separat ist. Ja, könnt ihr mal schreiben, ob ihr den wollt oder nicht. Und dann, ja, werde ich noch ein bisschen CSGO streamen und dann auch ein bisschen Minecraft mit euch und gegen euch. Ja, und genau, dann noch, ich habe bis jetzt einen Kommentar bekommen wegen CSGO. Komm Leute, schreibt mal bitte in die Kommentare, ob ihr CSGO sehen wollt oder nicht. Dann bis zum nächsten Mal und bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.